Leute, kennt ihr diesen Moment, wenn ihr nachts um 0 Uhr einfach Langeweile habt und aus einer Klopapierrolle ein Maskottchen bastelt? Diesen Moment hatte ich gerade. Ich weiß nicht, warum ich das hier hochlade, aber wir brauchen einen Namen für das da. Ja, ab damit in die Kommentare. Wir sind beste Freunde hier. Bis dann. Bis dann. Bis dann.